Millionen von Kindern haben ihre Geschichten gelesen. Jetzt kommt sie endlich ins Kino. Cornelia. Ich heiße Conny. Conny hat ein paar Probleme. Was ist denn hier los? Ein fieser Rektor. Ich weiß, dass du dahinter steckst. Der auch noch seinen Hund in Gefahr bringt. So ein Idiot hat seinen Hund im Auto eingesperrt. Bei der Hitze. Cornelia, Klappwitter, warte es ja. Aber Conny hat einen Plan. Wir müssen ihn retten. Wir brauchen Ihre Hilfe. Bitte! Cornelia! Emma Schweiger in Conny & Co. Wenn du nicht von der Schule fliegen willst, dann machst du jetzt lieber den Mund auf. Im Kino. Aber wir hier auf Stock Mountain nehmen es mit der Babylieferung sehr ernst. Und heute enthülle ich unsere neue, unverbesserte Menschenbaby-Produktionsanlage. Wir haben... ...